Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, meine lieben Affen. Wundert euch nicht, wenn ich mich ein bisschen anders anhöre, aber ich habe leichten Schnupfen. Also ich hoffe, ich muss nicht hier im Video ein, zwei Mal niesen. Aber schwamm drüber, heute ein absolut geiler Tag. Also ich denke mal, jeder von euch kommt gar nicht mehr von seinem Depot weg. Ich bin auch eigentlich nur noch minütlich dabei zu gucken, wie der aktuelle Stand ist. Meine Frau freut sich genauso mit mir. Also unsere Suche nach einem Haus bzw. nach einem Geheimen kommen wir immer stark näher. Und ihr seht es hier schon, einen leichten Kurskorrektur, ein leichter Dip. Aktuell bei 47,16 Euro, war heute der Höchststand, war bei 58,66 Euro. Also wirklich ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend. Und dass es jetzt hier diesen Dip gibt, ist ganz normal. Es gibt Gewinnmitnahmen, es gibt Paperhands, die aussteigen, die einfach Gewinnmitnahmen durchführen. Und da muss ich eine Sache wirklich euch sagen, denkt an die Steuer. Das machen viele, vergessen das, wenn ihr jetzt zum Beispiel Aktien für 10.000 Euro verkauft und wollt wieder bei 9.000 Euro einsteigen. Und es passiert aber nicht, sondern der Kurs geht nur auf 9.500 runter. Habt ihr eigentlich mehr Steuern bezahlt, als das, was ihr wirklich für einen Gewinn machen könnt. Also bitte rechnet die Steuer immer mit ein. Das ist ganz, ganz wichtig für euren, ja, für euren weiteren Weg, um wieder Re zu investieren. Aber bei AMC kann ich davon eh nur abraten zu verkaufen, sondern wirklich halten, 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 halten. Jeder von uns muss halten. Wenn wir nicht zusammenhalten, dann werden wir gar nicht ansatzweise zum Erfolg kommen. Und das, was wir heute erleben, das ist nicht ansatzweise ein Short Squeeze. Also viele haben ja schon geschrieben, es fängt an, es fängt an. Nein, das kann sich jetzt noch Tage hinziehen oder sogar zwei, drei Wochen hinziehen. Wir müssen halten. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich habe jetzt in meiner Telegram-Gruppe, ich komme gar nicht mehr hinterher zu lesen, was da alles so los ist. Link in der Videobeschreibung. Da gibt es Screenshots, da gibt es Leute, die sagen, ich könnte jetzt, wenn ich verkaufe, mein Haus abbezahlen, aber ich halte weiter. Und genau das ist das Wichtige. Wir müssen einfach weiterhalten. Also 50 Dollar oder 55 Euro, 58 Euro ist noch nichts. Es ist wirklich noch gar nichts. Es wird viel, viel höher steigen. Ihr wisst natürlich, ich bin kein Anlage- und Finanzberater, ich habe auch keine Glaskugel vor mir stehen, aber Leute, lasst uns das Ding jetzt wirklich rocken. Jetzt ist wieder so die Motivation da. Jetzt ist wirklich wieder so ein Tag, wo man sagt, ja, es ist auf jeden Fall möglich, der Kurs zeigt es, auch wenn er jetzt vielleicht wieder einen kleinen Dip zeigt, aber das ist ganz normal. Die Gewinnmitnahmen, wie ich gerade gesagt habe. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, ja, halten, 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 halten. Denkt an die Steuer. Und ich kann nur sagen, Bekannte von mir haben wir heute geschrieben, Alex, du bist verrückt. Ich hätte niemals daran geglaubt. Ich denke mal, ihr kennt auch ganz viele davon. Und selbst wenn jetzt so wie der eine mir geschrieben hat, ich könnte mein Haus abbezahlen. Klar, und das ist richtig, das ist absolut richtig. Es ist jetzt viel Psychologie, was dahinter steckt. Deswegen hatte ich auch gesagt, man muss aufpassen, man muss wirklich stark bleiben, man muss eiserne Nerven haben, man muss einfach am Ball bleiben. Und ich kann euch sagen, ich gehe stark davon aus, dass wir diese Woche noch einen stärkeren Dip erleben werden. Also vielleicht sogar auf 40, 35, 30 Dollar runter. Das heißt aber noch lange nichts. Das ist wirklich absolut normal. Die Hedgefonds werden alles mögliche versuchen, um hier vorzugehen und den Kurs eben zum Freitag hin zu drücken. Und was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, für Neuigkeiten? Adam Aaron, der CEO, wieder sehr geil. Alle, die beim Kino Besuch zeigen, dass sie Aktien von AMC halten, bekommen Popcorn kostenlos. Also, doch wieder eine geile Werbung. Also, er ist sowas von auf unserer Seite. Das muss man einfach sagen. Natürlich sieht er auch die Vorteile. Sein Unternehmen hat immer mehr Wert. Er hält auch selbe Aktien. Aber das spielt erstmal in meinen Augen überhaupt gar keine Rolle. Sondern er verbreitet einfach Werbung, kostenlose Werbung und hilft uns natürlich so. Natürlich auch den Amerikanern. Und als ich das Video hier gerade gestartet habe, war der Kurs bei 64 Dollar knapp. Jetzt, wie gesagt, ein kleiner Dip. 57 Dollar, 58 Dollar, ein Plus aktuell von 79,71 Prozent und 579 Millionen, das Handelsvolumen heute. Es gibt keine verfügbaren Optionen zum Shorten aktuell. Und was müssten wir Freitag erreichen? Ihr seht es hier schon, sonst stand ja immer 20, 25, 30 in Fünfer-Schritten. Jetzt mittlerweile 60, 70, 100, 200, 400 und so weiter. Also, lasst uns hier wirklich diese Geschichte rocken. Lasst uns das hier zum Freitag versuchen, wirklich über die 60 Dollar Marke zu drücken. Ich weiß, wir als Deutsche haben jetzt nicht so einen großen Einfluss. Ihr seht es hier jetzt schon wieder auf 61, 76 hoch. Also, wirklich so eine starke Performance heute. Ich kann nur sagen, ihr seid die Geisten. Wir sind die Geisten. Alle, alle, die hier investiert sind und halten, sind einfach in meinen Augen die Geisten. Das, was wir jetzt gerade erleben, ist einfach einmalig. Das werden wir so in dieser Art und Weise nie wieder im Leben haben. Und ich denke mal, viele von euch sprechen ja vom Lambo, vom sonst was. Es ist aktuell wirklich, ja, ich sag mal, die Rakete, der Pilot von der Rakete geht gerade erst zur Tankstelle, um den Tankrüssel zu holen. Also, es ist noch nicht mal, die Rakete ist noch nicht mal getankt. Also, wirklich, bleibt eisern, versucht es, versucht es zumindest. Und bei AMC Stock, die Reddit-Gruppe, ihr wisst, ich empfehle die immer wieder, neue, zigtausend neue Mitglieder, ist wirklich sehr stark. Und hier ist ein sehr nettes Bild, um das einfach nochmal bildlich darzustellen. Denn hier, was machen Affen oder was haben Affen zu tun? 15 Dollar halten, 50 Dollar halten, 200, 500, 900, einfach halten. Versteht ihr es? Also, es ist so einfach, was wir machen müssen. Wir müssen einfach nur eisern bleiben. Und ihr wisst auch, AMC Floor for Apes, ich empfehle immer diese Webseite einfach aus Motivation für euch, für mich selber. Und wer es noch nicht gesehen hat, einfach, das soll der Kurs, der mathematisch berechnet, wo müsste aktuell eigentlich die Aktie stehen. Und guckt euch mal den Betrag an. Also, da kann ich mich auf jeden Fall zur Rente setzen, beziehungsweise ich würde trotzdem wahrscheinlich noch irgendwie was arbeiten. Ich mag meinen Job. Aber ich habe keine Probleme mehr im Leben in der finanziellen Hinsicht. Ich habe meine Tochter abgesichert, habe mich abgesichert, habe meine Frau abgesichert. Also, das müsst ihr immer im Hintergrund halten. Und wie gesagt, wenn der Kurs wirklich jetzt, sage ich mal, morgen oder Freitag auf 30 Dollar runterfallen würde oder auf 30 Euro, macht euch wirklich keine Gedanken. Sorry, ich muss gleich niesen. Macht euch wirklich überhaupt gar keine Gedanken. Es ist wirklich nichts Außergewöhnliches. Und was ich auch ziemlich geil finde, Jim Cramer hat ein Appell an die Short-Seller gesagt, legt euch nicht mit den Wall Street Bets an. Und Jim Cramer ist von CNBC Moderator und der selber sagt im Video oder im Fernsehen, legt euch nicht mit dieser Gemeinschaft an. Wenn die sich zusammentun, hat eigentlich kein Short-Seller irgendeine Möglichkeit, hier etwas zu gewinnen. Und das mittlerweile immer mehr Leute merken es einfach. springen mit aufs Boot auf. Also, ich lese, ich habe in meiner Telegram-Gruppe, wer es noch nicht weiß, Link in der Videobeschreibung. Die empfehlen oder holen immer noch Freunde, Bekannte rein, Väter, Familie. Auch bei mir, mein Schwager investiert, Bekannte investiert. Und das ist mir egal, ob die nur mit 10 oder 100 Stück investiert sind. Auch heute zum Beispiel ein Post gesehen bei mir in der Gruppe. Ich bin Schüler und habe noch nie so einen hohen Betrag auf dem Konto gesehen. Genau das meine ich. Ein Lehrling, der auf einmal 20, 30.000 Dollar oder Euro zur Verfügung hat. Was will man denn mehr? Ich persönlich würde zum Beispiel mir auf jeden Fall dieses Geld, das denken wahrscheinlich auch viele von euch so absolut richtig, wenn wir erstmal eine gewisse Summe parat haben, ist es natürlich an der Börse auch viel einfacher zu handeln. Das heißt, mehr Gewinne zu erwirtschaften. Deswegen heißt es ja, Reiche werden immer reicher. Also, und da wird man mal in der Zukunft sehen, wenn das alles hier mit AMC irgendwann mal vorbei ist, auf welche Aktie wird sich als nächstes gestürzt. Und dann hat man eben auch noch viel, viel mehr Geld zur Verfügung. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie es weitergeht. Und meine Prognose für diese Woche, ich schätze wirklich, wir werden so zwischen 70 und 100 Dollar erreichen können. Ich hatte ja gesagt, dass wir diese Woche auf jeden Fall noch die 50 Euro erreichen werden. Haben wir jetzt erreicht. Und jetzt gehe ich den Schritt eben weiter, würde sagen, ja, zwischen 70 und 100 Euro ungefähr würden wir auf jeden Fall landen können. Unter der Voraussetzung, dass wir alle halten. Wir müssen halten, wir müssen wirklich uns zusammenreißen. Also, ich weiß, es hört sich immer so einfach an. Glaubt mir, wenn ich, obwohl ich gerade in mein Depot reingeguckt habe, ich habe selber gesagt, Mist, soll ich verkaufen, soll ich nicht verkaufen? Habe mit meiner Frau gesprochen. Und dann in einer Sekunde später habe ich gesagt, nein, ich werde nicht verkaufen. Ich werde weiterhalten bis zum Schluss. Und ich bin mittlerweile so weit, unter 1000 Dollar fängt nicht mein erster Limit Order an, in Kraft zu treten. Ich habe wirklich gesagt, ab 1000 Dollar fange ich erst an zu verkaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich mir so extrem sicher bin, dass es hier auf jeden Fall sehr, sehr stark weitergehen kann. Ich danke euch fürs Zusehen und würde mich riesig freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen.